Sie ist zurück! Kate Moss ist auf dem Titelblatt von Vogue UK und bringt eine neue Modekollektion heraus. Nach einer vierjährigen Pause ist Kate mit der glamourösen und chic in Stella Kollektion zurück. Für dieses Kleid ist Moss persönlich das Model. So wie auch die vorherigen Designs ist die 2014 Kollektion stark von ihren persönlichen Kleidern inspiriert. So wie diese blaue Jacke, die sie die Gigjacke nennt, da sie sie bei vielen Konzerten und Shows trug. Das Aztekens Mockkleid auch bekannt als das Balearische Kleid, da sie es gerne während ihrer Urlaube auf den Balearischen Inseln trug. Splash sah Moss in einem weißen Sommerkleid ihrer Kollektion nach einem Einkaufsbummel in Ipanema. Die modebewusste Kate kreiert sogar Schlafanzugkleider, einer der größten Trends in dieser Saison. Ihre Seidenkleider und Überjacken sehen unbezahlbar elegant aus. Die Preise für ihre Kleidung reichen von 50 bis 870 Euro. Erhältlich in Topshop, Nordstrom, ShopBazaar.com und Net-A-Porter. Wir sind sicher, ihre Comeback-Kollektion wird schnell vergriffen sein. Untertitelung des ZDFs.